Hallo, heute haben wir als kleine Besonderheit für euch ein kurzes Zeitraffervideo, welches den noch schnelleren und einfacheren Aufbau unserer Pulsana HQ Starrwandbecken aufzeigt. Zunächst oder im ersten Schritt wird der Untergrund grob gereinigt, das Becken angezeichnet und die Bodenprofile ausgelegt. Die Starrwand bereits ausgerollt, hier empfiehlt es sich einen Spanngurt zu verwenden, macht die Sache wesentlich leichter und in das Bodenprofil eingesetzt. Die Starrwandenden werden mit unserem hochwertigen Stahlaufsteckprofil verbunden. Dies hat den Vorteil, dass keine Schrauberei vonnöten ist. Einzelne Handlaufstücke können zur Stabilisierung oder Stabilität der Starrwand aufgesetzt werden. Das erleichtert auch das Einsetzen der späteren Poolfolie. Das Unterlegschluss kommt jetzt auch zum Einsatz, sieht man leider nicht. Dieses wird am Boden nahtlos verklebt und auch an der Starrwand übergeklappt und fixiert und nachfolgend wird die Poolfolie eingesetzt und die Falten von der Mitte des Pools heraus bis zur Starrwand hin geglättet. Die Befüllung fortgesetzt bis zu den ersten Einbauteilen wie Poolbeleuchtung, Skimmer und Einschirmdüsen und diese dann ja verflanscht, sodass alles schön dicht ist. Die Befüllung weiterhin fortgesetzt bis der Wasserstand ja das Maximum erreicht hat. Nun ist die Installation des Pools auch schon fertig. Die Technik hier leider nicht zu sehen. Im Hintergrund wurde während der Poolmontage auch mit installiert und verrohrt und abschließend wünscht Busana Ihnen. Viel Spaß bei Ihrem neuen und schnell aufgebauten Swimmingpool.